Gunter Böhnke ist ein deutscher Kabarettist und Übersetzer. Leben Schon als Fünfjähriger spielte Böhnke den vierten Zwerg in Schneewittchen. Er bekam 1957 mit 13 eine kleine Sprechrolle im Leben des Kalinii als Cosmo Medici am Staatstheater Dresden und wirkte bis 21 als Kompase und auch bei kleinen Kabarettauftritten mit. Nach einer Lehre als Transformatorenbauer und dem Abitur arbeitete Böhnke als Chemiearbeiter im Arzneimittelwerk Dresden. Nach zwei gescheiterten Bewerbungsversuchen an Schauspielschulen ging Böhnke 1963 nach Leipzig und studierte bis 1968 an der dortigen Universität Anglistik, Germanistik und Pädagogik. Das Angebot, nach seinem Studium als Lehrer an der Leipziger Kinder- und Jugendsportschule zu unterrichten, nahm er nicht an. Stattdessen arbeitete er bis 1970 als Bildredakteur bei ADN Zentralbild sowie freiberuflich als Englischlehrer an der Humboldt-Universität und als Übersetzer. Nach erfolgreichen Übersetzungen von englischer und amerikanischer Literatur sowie afrikanischer Literatur war er von 1971 bis 1978 Fremdsprachenlektor und Lektoratsleiter beim Verlag Edition Leipzig. 1966 war Böhnke Gründungsmitglied des Studentenkabaretts Akademixer. 1978 wurde er in Vollzeit-Ensemble-Kabarettist und machte sich 1988 gemeinsam mit Bernd Lutz Lange als Duo selbstständig. 1990 löste er sich vom Ensemble Akademixer. Von 1988 bis 2004 traten Lange und Böhnke zusammen auf diversen Kabarettbühnen in Deutschland auf. Gunter Böhnke lebt in Leipzig, ist mit der Übersetzerin Reinhild Böhnke verheiratet und hat zwei Söhne. Buch Veröffentlichungen Gunter Böhnke 50 einfache Dinge, die Sie über Sachsen wissen sollten. Westend Frankfurt am Main 2012 ISBN 9783864890161 Norodin Ferre, Netze Aus dem Englischen von Reinhild und Gunter Böhnke Surkamp Frankfurt am Main 2009 ISBN 9783518421031 Der Sachsenradler 88 Touren mit Gunter Böhnke Pro Leipzig Leipzig 2009 ISBN 9783936508413 Gunter Böhnke, der Sachse liebt das Reisen sehr. Aufbau Taschenbuch Verlag Berlin 2009 ISBN 9783746625089 Schon Zeit für Ideale, 40 Jahre Kabarett, fast 40 fröhlich freche Texte HSG, von Gunter Böhnke, mit Zeichnungen von Lothar Otto Hohenheim Verlag, Stuttgart 2006 ISBN 3898501434 Gunter Böhnke, mit dem Floß unters Eis Kiepenheuer, Leipzig 2002 ISBN 3378006439 Gunter Böhnke, ein Sachse beschnacht sich die Welt Kiepenheuer, Leipzig 1998 ISBN 3378006145 Nurudin Ferre aus einer gekrümmten Rippe Roman, aus dem Englischen von Gunter Böhnke Lamov Verlag, Göttingen 2000 ISBN 3889775896 Jim Harrison, Legenden der Leidenschaft Der Roman zum Film, ins Deutsche übertragen von Gunter Böhnke Bastai-Lübe, Bergisch Gladbach 1995 ISBN 3-40413693-4 Robert Kormier, das war's Mr. Handyman, Deutsch von Gunter Böhnke Verlag Neues Leben, Berlin 1992 ISBN 3-35501242-4 Saipriam Ekwensi, den Frieden überleben Roman, aus dem Englischen übersetzt von Gunter Böhnke Verlag Philipp Reklemier 2N, Leipzig 1988 ISBN 3-379-003352 Mia Mwangi, wie ein Aas für Hunde Roman, aus Kenia Übersetzung und Nachbemerkung von Gunter Böhnke Lamov Bornheim Merten 1987 ISBN 3-8897136x Alex Laguma im Spätsommernebel Roman, aus dem Englischen von Gunter Böhnke Weltkreis Dortmund 1987 ISBN 3-88142-403-2 Hermann Melville, Israel Potter Seine 50 Jahre im Exil, ins Deutsche übertragen von Gunter Böhnke Verlag Neues Leben, Berlin 1986 ISBN 3-35500795 Winifred Holtby, die Leute von Killington Roman, aus dem Englischen von Reinhild und Gunter Böhnke Verlag Volk und Welt Berlin 1983 Henry James, gebrochene Schwingen, aus dem Englischen von Gunter Böhnke Philipp Riklemjotun, Leipzig 1982 Nela Padmanapan, die Mitgift, aus dem Englischen von Gunter Böhnke Volk und Welt Berlin 1978 Bonofull, Ferien am Ganges Erzählung, aus dem Englischen von Gunter Böhnke Verlag Volk und Welt Berlin 1977 Jakob der Zahme Büffel Kurzgeschichten, aus dem Englischen von Reinhild und Gunter Böhnke Verlag Volk und Welt Berlin 1976 Barry Heinz Und fing sich einen Falken, aus dem Englischen von Reinhild und Gunter Böhnke Erzählung, aus dem Englischen von Reinhild und Gunter Böhnke